Danke, liebe Miteigentümer fürs Erscheine, heute Mittag hier zur alljährlichen Eigentümer-Vollversammlung des Wohnblocks Wilhelmstraße 48. Danke. Was mich echt nervt, ist das Thema Fahrräderabsteller im Hausgang. Bei uns stellt jeder Dackel, gerade wie es ihm passt, sein Drahtesel in den Hausgang rein, trotz Verbotsschild. Und die Allermeisten sind so rostige Geppel mit granademäßig dreckigen Räufen. Und der Allermeister geht mir auf den Geist, wenn am Ende der Schneematsch an die Räufen hängt und der ganze Seuch, eine Mischung aus Wasser und Salz im Hausgang umeinander fährt und sich wirklich keinäutziger Mieter berufen, fühlt man, einen Putzäumer zu nehmen, die Brie zusammen zum Fägen und draußen in Kanalisation reinzukippen. Dabei wäre etwa fünf Meter von der Haustelle entfernt, ein Dola-Deckel in der Straße. Danke, liebe Mitbesitzer. Bis bald. Danke. Super. Danke. Danke.